Herzlich Willkommen zu meiner Einführung zur objektorientierten Programmierung. Vorab ein paar kleine Worte, wie das alles funktionieren kann mit dem Video und wie man das verwenden kann. Prinzipiell gibt es unter jedem Video einen Link zum GitHub Repository, wo der gesamte Code, an dem ich arbeite, den ich bespreche, zum Downloaden bereitsteht. Wie man den dann verwendet, das ist völlig freigestellt. Das ist ein offenes Framework, an dem kann jeder teilhaben, mit dem kann jeder arbeiten. Wichtig an der Stelle ist nur, am besten lernt man was zu programmieren oder einen Programmierstil, indem man selber macht. Das heißt, ich kann jetzt hier in den Videos nicht wirklich stundenlang irgendwelche Codezeilen durchexerzieren und aufbauen. Das will ich auch nicht. Das hat keinen großen Zweck. Das hat am meisten Sinn und Zweck, wenn man das selber macht, sondern ich werde einfach Strukturen erklären, die veranschaulichen an dem Quellcode, den ich zur Verfügung gestellt habe und dann hoffentlich mit dem genügend Information und Material zur Verfügung stellen, um sich selber in das Thema einzuarbeiten. Wie gesagt, es gilt immer das Gleiche. Selber machen hilft am allermeisten und wenn es weh tut, hilft es auch am allermeisten. Das heißt, wenn es anstrengt, dann hat es den besten und größten positiven Effekt. Gut, objektorientierte Programmierung. Ein kleiner historischer Abriss, sehr kurz. Angefangen hat es schon sehr früh. Man glaubt es in den 1960er Jahren. Am MIT wurden so erste Versuche damit gemacht und erste Strukturen entwickelt, erste Konzepte aufgezeigt, die gut funktionieren. Und so hat sich das ganze Konzept weiterentwickelt und ist immer weiter gewachsen, bis es dann so in den 1980er Jahren um den Drehrung mit C++ seinen ersten großen Aufschwung erlebt hat. Zu der Zeit hat man dann festgestellt, das hat Hand und Fuß. Damit können auch große Projekte und große Programme und Softwareeinheiten gut entwickelt werden. Und hat sich dann auch wieder weiterentwickelt, bis es jetzt mittlerweile eigentlich zu dem Standardwerkzeug oder zumindest programmiert man objektorientiert, wenn man irgendeine Software konzipiert. Und dazu hat man dann mittlerweile auch die richtige Software zur Verfügung, wie zum Beispiel C-Sharp oder Java oder was auch immer. Wir werden uns hier auf C-Sharp abstützen. Das verkörpert viele der objektorientierten Einheiten und Größen und Maßgaben, die man so entwickelt hat und verbindet die in einem schönen, guten Kontext, der aber sich an alle anderen objektorientierten Programmiersprachen mehr oder minder anlehnt. Das heißt, auch Java ist ja ähnlich und auch C++. Das heißt, damit decken wir ein großes Spektrum ab. Gut, was wurde damals im Kern rausgefunden, was objektorientierte Programmierung heißt? Es gibt ein paar Punkte, die kann man hier aufzählen. Das war Alan Key, der hat die definiert rausgezogen und im Kern steckt da viel drinnen, was uns immer wieder auffahren wird, wo wir aber auch erkennen werden, dass an manchen Stellen Verbesserungen oder Veränderungen notwendig sind. Das erste wäre, was der damals gesagt hat, ist, dass alles ein Objekt ist. Das heißt, alles ist ein Objekt. Das steht hier ganz oben, ist ein wichtiger Punkt. Es ist schwer und meistens hat es schlimme Konsequenzen oder schlechte Konsequenzen, zumindest im späteren Verlauf von einem Entwicklungsprojekt, wenn man nicht wirklich konsequent in Objekten denkt und alles in Objekten umsetzt. Man kommt dann in in die Bredouille, dass verschiedene Konzepte, verschiedene Sachverhalte verlangen, die nicht gut zusammenpassen. Deswegen steht hier oben, alles ist ein Objekt. Das ist auch das, was es dann gilt einzuhalten im Kern, wenn man objektorientiert programmieren will, ganz klar. Dann ein wichtiger Punkt ist auch, Objekte kommunizieren über Schnittstellen, über definierte Schnittstellen, ein sehr wichtiger Punkt. Das werden wir auch im Detail in ganz vielen Varianten und Formen wiedersehen und erkennen. Es ist wichtig, wie Objekte kommunizieren. Es ist wie bei der menschlichen Kommunikation. Die Kommunikationskanäle müssen gut definiert sein, damit am Ende auch ein wohl definiertes Ergebnis entstehen kann überhaupt. Gibt es zu viele Kommunikationskanäle, so wie im menschlichen Miteinander, zum Beispiel über Gerüchte oder was auch immer, entsteht meistens irgendeine Zwietracht und das funktioniert nicht richtig. Das gleiche gilt ähnlich für Objekte. Auch ein wichtiger Punkt, Objekte, jedes Objekt haben einen eigenen Speicher. Liegt irgendwie auf der Hand, ist hier wichtig zu erwähnen. Die Objekte müssen sich nicht speicherteilen. Das ist ein wichtiger Punkt, lassen wir gleich am Anfang kennen. Dann noch ein bisschen Sprachgebrauch, der hier schon einführt wird. Jedes Objekt ist die Instanz einer Klasse. Klasse heißt so viel, ein Objekt stellt eine Einheit vom Typ Klasse dar. Die Klasse, die definiert alle Eigenheiten, alle Funktionalitäten, alle Operationen von dem Objekt an sich. Das heißt für alle Objekte. Das Objekt selber wird dann instanziert, wird also eine Instanz dieser Klasse, widerspiegelt also alles das, was ihm die Klasse mitgibt, füllt aber darüber hinaus alle Platzhalter, die eine Klasse vorgibt, mit tatsächlichen Daten. Mehr oder minder, so kann man sich das vorstellen. Das heißt, das Objekt bekommt dann tatsächlich seinen eigenen Speicher. Die Klasse, die tut so, als ob es den eigenen Speicher hätte, hat den aber nicht wirklich zugewiesen bekommen. Genau, das ist dann auch gleich der nächste Punkt, was ich hier schon implizit erwähnt habe. Klasse, die Klasse beinhaltet das Verhalten aller Objekte dieser Klasse. habe ich gerade beschrieben, ganz klar, irgendwo steht drinnen, was ein Objekt kann. Das definiert also die Klasse. Und am Ende, das ist jetzt eher ein unwichtigerer Punkt, der war historisch bedingt, der Programm Start findet mit dem Aufruf eines Objektes statt. Das heißt, es gibt irgendein Startobjekt, mit dem beginnt man die Ausführung, das ist ganz klar. Und mit dem legt man dann am Ende in der Ausführung los. Das ruft alle weiteren Objekte auf und bringt das ganze Netzwerk an Objekten, die miteinander zusammenarbeiten, zum Laufen. Soviel zur Einführung, ein bisschen historischer Abriss zusammen mit wirklichen Grundlagen. Die werden wir jetzt in den folgenden Videos dann weiter aufarbeiten, differenzieren und auch an, wie gesagt, am konkreten Code uns ansehen und uns vor Augen führen, wie das umgesetzt wird am Beispiel von C-Sharp.